So, Grüße aus 2023, frohes neues Jahr wünsche ich euch Grüße aus dem X-Wing Repair Shop. Ich habe hier mein Recording Equipment wieder aufgebaut, um euch den letzten Part des Kapitels 10 zu verkaufen, heute im neuen Jahr. Ich hoffe ihr seid gut rüber gerutscht. Eigentlich bin ich das auch. Ich habe mir eine ordentliche Erkältung eingefangen, das kann man wahrscheinlich irgendwie an meinem Nasalen Sprechen anhören. Ich lebe seit einigen Tagen auf der Basis hier von Salbei Honig Hustenbonbons und wenn mich hier während des Aufnehmens ein ordentlicher Hustenanfall erwischt, dann werde ich den entweder versuchen mit meiner Wasserflasche zu bekämpfen oder wenn das nicht hilft, dann werde ich einfach mal kurz auf Pause drücken und mich wieder erholen hier. Und das ist ja alles gar kein Problem, weil das Ganze nämlich nicht live ist. Leider nicht live, heute nicht im Hörsaal mit euch zusammen an diesem Dienstag, dem 10. Januar. Aber weil ich mit meinen Mädels und Jungs auf Konferenz bin, verschieben wir das Wiedersehen im neuen Jahr auf den Donnerstag. Das ist der 12. Januar. Ganz normal geht es dann weiter im N6 um 14 Uhr. Ich bin auf jeden Fall da, freue mich jetzt schon auf euch. Aber was wir jetzt erst machen werden, ist einen Blick werfen auf die restlichen Slides und das letzte Thema, das ich euch gerne verkaufen würde im Kapitel 10. Lass mal schauen, was da geht. Da sind wir. Und was ich mit euch besprechen würde, ist die Datenstruktur der Streams. Manche nennen diese Streams auch Lazy Lists und wir werden gleich sehen, warum das ein ziemlich guter Spitzname, ein ziemlich guter alternativer Name für diese Datenstruktur ist. Okay, lass mal gucken, was geht. Streams sind ganz ähnlich wie Listen Container. Container von Elementen. Und ich werde diese Elemente hier in der Diskussion alle mal XI nennen. Wir werden also mit X1 beginnen, dann mit X2 und so weiter. Das ist eine Sequenz von Elementen, ganz genau wie es eine Liste von Elementen ist. Und wir werden nachher sehen, dass das tatsächlich auch eine homogene Sequenz von Listen ist. Also entweder findet man in so einem Stream nur Integers oder nur Booleans oder nur Strings oder nur Werte einer Signatur Prozent A. In der Hinsicht sind das also schon verwandte unserer Listen. Und wenn ich mal ein bisschen genauer reinzoome in diese Streams, dann finde ich da tatsächlich auch so eine Paarstruktur, ganz ähnlich wie wir das bei den Listen gefunden haben. So eine Liste war ein List of Prozent A. Und wenn ich da reinzoomte, dann habe ich einen Cons gefunden, das aus einem First und Rest Komponente bestand. Okay, wenn ich das hier mache mit meiner neuen Datenstruktur mit den Streams, dann finde ich da einen Stream of Prozent A. Hier Prozent A, das ist die Signatur der Elemente, die ich in diesem Stream aufbewahren werde. Und tatsächlich, beim reinzoomen werde ich hier diese Paarstruktur vorfinden. Lass mich das mal so einkasteln hier, hier so ungefähr. Das ist die Paarstruktur, von der ich rede. Also ganz ähnlich wie so eine Constzelle finde ich eine entsprechende Paarstruktur auch in so einem Stream vor. Das hört sich schon mal gut und verwandt an. Okay. Anstatt First und Rest werden wir die Komponenten dieses Paares, wenn wir in der Welt der Streams sind, mit Head und Tail bezeichnen. Einfach, um hier tatsächlich die Terminologie auseinander zu sortieren und keine Konfusion zu haben. Okay. Also was hier Head heißt, entsprach bei den Listen ungefähr First und entsprach dem ersten Element, das ich tatsächlich in dieser Datenstruktur, in diesem Stream aufbewahre. Und tatsächlich findet sich hier eins dieser X, Y Elemente. Wenn das hier das allererste, das erste Paar, die sogenannte erste Streamzelle wäre meines Streams, dann würde sich hier der Wert X1 befinden. Und tatsächlich, keine Überraschung, die Elemente, die wir in dem Stream speichern haben, alle die Signatur Prozent a. Okay. In der Welt der Listen würden wir hier in der zweiten Komponente, lass mal markieren, sieht nicht ganz so schön aus, passt schon. Hier in der zweiten Komponente würden wir den Rest der Liste finden. Also wieder eine kürze Liste. Okay. Ja, und ganz ähnlich sieht das hier bei den Streams aus. Was wir da finden, ist der Tail des Streams. Aber wenn ihr auf die Signaturen achtet, ist dieser Tail nicht selber wieder ein Stream auf Prozent a, also der Rest-Stream, wie ich irgendwie sagen würde, sondern es ist ein Promise of Stream of a. Das scheint die Sache ein bisschen zu verkomplifizieren. Aber aus sehr, sehr gutem Grund, wie wir gleich feststellen werden. Was ich euch nämlich bisher noch nicht betont habe, ist, dass diese Streams, diese Lazy-Lists, ja, Container-Datenstrukturen sind, die potenziell eine unendliche Größe besitzen. Okay. Völlig anders als Listen, die immer eine wohl definierte Länge n hatten, die ich auch mit einer entsprechenden rekursiven Funktion Length nachzählen konnte, wird das unmöglich sein bei Streams. Streams sind immer unendlich lang. Werde ich auf der nächsten Slide gleich noch mal kurz betonen. Okay. Das ist ein Problem für die Darstellung des Tails des restlichen Streams hier. Wenn das tatsächlich eine unendlich lange, ich meine wirklich nicht sehr lang, sondern wirklich unendlich lang, unendlich lange Datenstruktur ist, dann hätten wir ein Problem, die an dieser Stelle hier aufzubewahren. Okay. Unendlich große Strukturen aufzubewahren. Echtes Problem innerhalb des Rechners. Darum kann hier an der Stelle, wo das Tail steht, nicht tatsächlich der Rest-Stream stehen, sondern was dort steht, ist eine Möglichkeit bei Bedarf, wenn wir denn das zweite, das dritte und die nächsten Stream-Elemente sehen wollen, bei Bedarf, diesen Rest dieses Streams zu erzeugen. Erst dann wird tatsächlich weiter in den Stream rein navigiert und das Element x2 und wenn wir dann den Nachfolger von x2 brauchen, dann vielleicht bei Bedarf das Element x3 erzeugt und so weiter und so fort. Erst bei Bedarf, on demand, wird tatsächlich die restlichen Elemente des Streams erzeugt. Okay. Wenn ich so einen Stream navigieren will, wobei ich mich dann oft ertappe, ist, dass ich eine dieser Stream-Zellen hier tatsächlich in der Hand habe und zum Beispiel auf das Element x2 zugreifen kann und dann merke durch meine Applikation, okay, es ist tatsächlich so, ich brauche das nächste, das Element x1 in diesem Stream. Dann nehme ich mir den Tail dieses Streams her, melde den Bedarf an. Ich brauche tatsächlich einen weiteren Blick tiefer in den Stream hinein und force damit diesen Tail. Ich erzwinge den Tail die Auswertung des Tails und was mir diese Auswertung gibt, ist die nächste Zelle des Streams. Hier die Zelle, die das Element x1 trägt. Und weil das eine Stream-Zelle ist, wird sie hier einen Tail tragen, der bei Bedarf das nächste x1 plus 2 Element irgendwie freigeben wird. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir diesen Bedarf noch nicht angemeldet und was sich hier versteckt, ist allein das Versprechen, die Möglichkeit, tatsächlich diesen restlichen Stream zu erzeugen. Das ist der Trick, dem wir tatsächlich diese unendlichen Datenstrukturen darstellen können. Erst bei Bedarf, erst bei Bedarf, bei Anmeldung des Bedarfs hier auf diesem Tail, ausgedrückt durch diesen Function-Call hier, force Tail, okay, erst dann wird tatsächlich die Auswertung des restlichen Streams oder des nächsten Elementes des restlichen Streams erzwungen. Und das ist genau das, was hier oben versucht wurde, irgendwie verbal und wie darzustellen. So ein Stream ist also tatsächlich eine Lazy List. Was er uns in die Hand gibt, ist tatsächlich nur das Kopfelement. Und sonst wird gar keine weitere Arbeit geleistet. Erst wenn wir den Bedarf anmelden, dann gibt sich der Stream tatsächlich die Mühe, das Element x1 zu erzeugen. Aber wirklich erst zu diesem Zeitpunkt. Und auch erst ein weiterer force auf diesem Tail hier wird das Element x1 plus 2 erzeugen. Viele Worte für doch ein einigermaßen einfaches Konzept. Okay, weil wir die Listen so gut kennen und weil wir die Streams eigentlich noch gar nicht so gut kennen, habe ich hier nochmal eine Slide vorbereitet, in der ich versuche, die Charakteristika von Listen und Streams so ein bisschen gegenüberzustellen. Das hier, das ist unser guter alter Bekannter, die Spine einer endlich langen Liste. Und ihr seht hier die endliche Anzahl von Elementen x1 bis xn, natürlich alle der Signaturprozent a, die ich in dieser Liste speichern kann. Okay, also Listen, immer wohl definierte Länge, gibt nie einen Zweifel darüber. Sie sind niemals unendlich lang, sondern haben immer eine wohl definierte Länge von genau n Elementen. Okay, anders sieht das aus bei Streams. Wenn ich auf so eine Streamzelle schaue, das hier wäre so eine Streamzelle, aber man vergleiche das mit der Kunstzelle hier so einer Liste. Aber das hier wäre so eine Streamzelle. Dort finde ich das Element x1, aber hier an der Stelle, ich muss ein kleiner zoomen, hier an der Stelle befindet sich nicht wirklich der Reststream, sondern nur die Möglichkeit, das Versprechen bei Bedarf, den Reststream zu erzeugen. Das habe ich hier mal mit diesem schraffierten, völlig abstrakten Symbol gekennzeichnet. Hier, da lebt das Potenzial, den restlichen Stream zu erzeugen, bei Bedarf. So etwas wie einen leeren Stream oder ein Ende eines Streams gibt es nicht. Wenn ich also das entsprechende Analog zur leeren Liste oder hier zum letzten Element in einer Liste finden möchte in einem Stream, werde ich kein Glück haben. So ein Stream ist tatsächlich eine unendliche Datenstruktur. Sollte ich einmal das Element xn eines Streams in der Hand haben, kann ich immer einen Force auf dem Tail, auf dem zugehörigen Tail, dieses Elementes xn durchführen und damit das Element xn plus 1 in die Hand nehmen. Und auch das wird nicht das Letzte sein. Ein weiterer Force wird mir xn plus 2 in die Hand geben und so weiter und so fort. Es gibt kein letztes Element in einem Stream und es gibt auch keinen leeren Stream. Ein Stream besteht immer aus so einer Streamzelle, in der mindestens ein Element, hier das x1 oder im Allgemeinen das xi, lebt. Also ist ein Stream niemals leer. Ein Element des Streams kennen wir immer, plus das Potenzial, den restlichen Stream zu erzeugen. Was die beiden Streams tatsächlich gemeinsam haben, sind, dass sie Container sind. Und zwar homogene Container, in der alle Elemente, alle xi die Signatur %a tragen. Gut. Okay. Also wenn hier, wenn hier nur das Potenzial, das Versprechen liegt, tatsächlich den restlichen Stream zu erzeugen, müssen wir uns an der Stelle ein paar Gedanken machen. Hier einfach eine Prozedur, eine Funktion, irgendwie Logik, Programmlogik zu hinterlegen, die mir den restlichen Stream erzeugt, ist nicht gut genug. Racket würde die Auswertung dieses entsprechenden schraffierten Blocks, dieses Code-Blocks irgendwie anstrengen und uns dabei potenziell eine unendliche Datenstruktur erzeugen. Die Auswertung würde unendlich lange dauern. Das kann an der Stelle nicht sein. Wir müssen tatsächlich hier diese Logik, den Programmcode, der uns den restlichen Stream erzeugt, den müssen wir irgendwie schlafen legen und tatsächlich erst bei Bedarf, beim Aufwecken mit Force, tatsächlich dazu bringen, die nächste Stream-Zelle freizugeben. Gut. Und wie wir das in unseren Programmen, in unseren Stream-Programmen, genau wie wir Listen-Funktionen programmiert haben, werden wir natürlich in wenigen Minuten schon Stream-Funktionen programmieren. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, in diesen Stream-Funktionen auszudrücken, ja, jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, einen bestimmten Ausdruck, den hier zum Beispiel, zur Auswertung zu bringen, weil ich nämlich das nächste Stream-Element anfassen möchte, oder einen bestimmten Ausdruck, wie den hier zum Beispiel, schlafen zu legen. Ein Ausdruck, den ich potenziell später einmal auswerten kann, zu spezifizieren, damit ich dann zum richtigen Zeitpunkt Force auf diesen schraffierten Ausdruck anwenden kann. Und wie wir das in unseren Stream-Funktionen ausdrücken wollen, das sagt die Folie 22. Dazu brauche ich eigentlich ein relativ schlankes Interface, nur eigentlich nur zwei Funktionen, die ich an der Stelle bereitstellen möchte. Die eine Funktion heißt einigermaßen selbst sprechend hoffentlich, Delay-E. Und sagt, hey, wenn du Ausdruck-E bist, dann ist das sehr interessant und vielleicht bin ich in Zukunft mal interessiert, was du Ausdruck-E für einen Wert besitzen wirst, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich kann diesen Ausdruck zu diesem Zeitpunkt konstruieren, aber ich möchte nicht seine Auswertung anstrengen. Also werde ich nicht E in mein Programm einbauen, sondern Delay-E. Okay. An der Stelle habe ich die Auswertung von E verzögert und was mir Delay-E tatsächlich in die Hand gibt, ist nicht der Wert von E, sondern das Versprechen, das Promise, wie ich das hier an der Stelle genannt habe, das Promise irgendwann später bei Bedarf nach Forcing den Wert von E preiszugeben. Das ist das, was ich an der Stelle mit Delay-E ausdrücken möchte. Und damit ist eigentlich die Signatur von Delay, von dieser Delay-Funktion, obwohl, ob das eine Funktion ist, können wir gleich noch überlegen, diese Signatur von Delay, die liegt damit eigentlich schon relativ gut fest. Du gibst mir einen Ausdruck, dessen Signaturprozent A ist. Wenn ich E auswerten würde, dann würde ich einen Wert der Signaturprozent A erhalten. Das will ich mit Delay aber gerade vermeiden. Was mir Delay aus diesem Ausdruck der Signaturprozent A macht, ist ein Versprechen abzugeben, dass bei Bedarf du später einmal diesen verzögerten Ausdruck auswerten kannst, um dann ein Prozent A zu halten. Also aus einem regulären Ausdruck der Signaturprozent A mache ich das Versprechen, später einmal diesen Ausdruck auswerten zu können und mir erst dann ein Prozent A zu liefern. Das ist die eine Hälfte der Funktionalität, die wir benötigen. Und ihr könnt ja schon denken, auf dem Tail eines solchen Streams werden wir Delay anwenden, um die Auswertung dieses schraffierten Teils, des Stream-Restes sozusagen, zu verzögern. Irgendwann kommt es dann mal dazu, dass ich tatsächlich das nächste Stream-Element anwerfen möchte. Was ich dann brauche, ist der zweite Teil meines Interfaces, das ist die Force-Funktion. Force bekommt so ein vorher abgegebenes Versprechen, so ein Promise-P in die Hand und fordert jetzt dieses Versprechen ein. Jetzt ist es an der Zeit, Butter bei die Fische zu geben und den entsprechenden verzögerten Ausdruck tatsächlich auszuwerten. Damit ist die Signatur von Force quasi die umgedrehte, die spiegelbildliche Signatur von Delay. Wir geben ein entsprechendes Versprechen, einen Ausdruck der Signaturprozent A auswerten zu können, den geben wir in Force rein. Force wird dieses Versprechen tatsächlich irgendwie einfordern, die Auswertung anstoßen und was wir dann erhalten, ist natürlich der entsprechende Prozent A-Wert des verzögerten Ausdrucks E, den wir hier oben an der Stelle einmal verzögert hatten. Also, hier diese Promises, wie wir an die kommen, weiß ich, die kann ich mit Delay erzeugen. Wenn ich an der Stelle tatsächlich jetzt merke in meinem Programm, es ist Zeit, das Versprechen einzufordern, Force auf dieses Versprechen anwenden, um dann tatsächlich Prozent A zu erhalten. Okay, ich merke schon, Zeit für den ersten Schluck Wasser auf jeden Fall. Das ist schon besser. Sorry dafür. Ja, das sieht eigentlich alles gut aus. Es gibt bloß ein bisschen Wishful Thinking auf dieser Folie und das ist die Implementation dieser Signatur Promise Off. Alles schön und gut auf dieser Folie, aber solange wir eine Implementation, eine Realisierung von Promise Off an der Stelle irgendwie noch nicht angeben können, haben wir ein Problem. Und dieses Problem versuchen wir auf der Folie 23 aufzulösen. Eine Implementation, eine mögliche Implementation, eine sehr elegante Implementation für Promise Off, möchte ich euch hier an der Stelle vorschlagen. Und sobald wir die Implementation von Promise Off in die Hand nehmen können, werden wir sehen, dass sich Delay und Force sehr, sehr einfach, fast schon automagisch ergeben. Also, wie implementieren wir diese Signatur hier, Promise Off T. Was versteckt sich tatsächlich dahinter? Und mein Vorschlag ist tatsächlich, diese Definition hier an der Stelle zu verwenden. Das Ganze ist eine parametrisierte Signatur. Okay, die kann also nachher tatsächlich polymorph sein. Okay, und ja, genau wie Parametrisignaturen wie List Off Prozent A oder Stream Off Prozent A werde ich hier mit Promise Off Prozent A hier an der Stelle eine Signatur T einsetzen können. Die Signatur des Ausdrucks, dessen Auswertung ich gerne verzögern möchte. Hier ist die Implementation der entsprechenden Verzögerung. Und ihr seht, was sich dahinter verbirgt, ist einfach nur eine Funktion, die mir als Resultat T liefert, die Signatur T liefert und als Argument genau kein Argument benötigt. Das hier ist die Signatur einer nullstelligen Funktion. Okay, an der Stelle hier, hier links vom Pfeil würdet ihr normalerweise die Signatur in der Argumente der entsprechenden Funktion erwarten. Wie ihr seht, seht ihr hier gar nichts. Links vom Pfeil befindet sich sofort die öffnende Klammer. Es gibt hier keine Argumente. Das ist die Signatur einer nullstelligen Funktion. Eine Funktion, die ich aufrufen kann mit genau null Parametern. Okay, das ist meine Implementation von PromiseOf. Ein Promise ist eine nullstellige Funktion, die mir nachher einen Wert des Ergebnis der Signatur T liefern kann. Dann ist ziemlich einfach, über eine Implementation von Delay nachzudenken, denn so ein Delay muss mir genau so ein Promise in die Hand geben. Du gibst mir einen Ausdruck E, dessen Auswertung soll ich gerne verzögern. Dann muss Delay E daraus einen Promise konstruieren. Wir wissen, was Promises sind. Das sind Funktionen, die null Argumente konsumieren. Okay, und hier ist so eine Funktion, die genau null Argumente konsumiert. Das ist eine Funktion, okay, Lambda, klar, die genau null Argumente erwartet. Da ist der entsprechende Hinweis darauf, null Argumente. Und bei Auswertung, dieser Funktion, wird tatsächlich der Body E ausgewertet und wir erhalten das Resultat des Ausdrucks E zurück. Und E wird von der Signatur T sein. Und tatsächlich ist das die entsprechende gewünschte Verzögerung der Auswertung, die wir uns für Delay E irgendwie überlegt hatten. Denn das hier, das hier ist eine Lambda-Abstraktion, das hier ist eine Lambda-Abstraktion, eine unangewandte Lambda-Abstraktion. Und ihr wisst, wie die Reduktionsregeln mit unangewandten Funktionen umgehen. Sie werden einfach unberührt stehen gelassen. Es findet keine weitere Reduktionsarbeit statt. Insbesondere wird keine Reduktionsarbeit für den Body dieser nicht angewandten Lambda-Abstraktion investiert. Okay, wenn sich also hier eine entsprechende Auswertungsarbeit verbirgt, wenn ich sie in diese nullstätige Funktion einkastele und diese Funktion nicht anwende, dann wird tatsächlich keine Auswertungsarbeit in den Body E investiert. Und das ist genau der Verzögerungseffekt, den wir uns an der Stelle gewünscht haben. Das Ganze und dieser entsprechende Fußnotenhinweis, der deutet darauf hin, das Ganze funktioniert aufgrund der Reduktionsregel Eval Lambda. Eval Lambda ist die entsprechende magische, nein, wichtige, nicht magisch, die wichtige Reduktionsregel, die uns die Verzögerung der Auswertung dieses Bodies von E an der Stelle schenkt. Überlegt euch, warum ich hier an der Stelle kein Define benutzt habe, um meine Delay-Funktion irgendwie zu implementieren. Was ich hier gesagt habe, ist, dass Delay syntaktischer Zucker ist. Wenn in unserem Programm die Programmierin oder Programmierer Delay E formulieren möchte, dann ist das syntaktischer Zucker für etwas, was wir in dem Programm tatsächlich so notieren müssen. Das wäre mein Wishful Thinking, die Syntax, die ich gerne benutzen würde in meinem Programm. Geht leider in dem entsprechenden Sprachebene, schreibt dein Programm nicht. Kann euch gleich noch in 30 Sekunden zeigen, dass es in anderen Sprachebenen funktioniert. Genau in dieser Syntax. Was wir notieren werden müssen, ist diese Form hier. Diese nullständige Lambda-Abstraktion. So viel komplizierter ist die syntaktische eigentlich auch nicht. Okay. Ich kann euch nur raten, zum Training einmal. Lass mich das nochmal kurz highlighten hier. Genau. Zum Training einmal ein Define Delay, vielleicht den, den ihr erwartet habt, irgendwie bei der Definition von Delay mal in eurem Racket auszuprobieren und euch zu überlegen, warum ein Define Delay mit einem entsprechenden Body, wie ich ihn hier angedeutet habe, der oben dem eingekastelten Nullständigen Lambda-Abstraktion entspricht, warum das nicht funktionieren kann. Darum hier, Achtung, das hier ist der Holzweg. Versucht euch zu überlegen und zu argumentieren, warum das tatsächlich nicht funktioniert. Könnt ihr auch gerne ins Discord reinwerfen. Wir können das auch gerne dort an der Stelle diskutieren. Zurzeit in der Sprachebene, schreibt dein Programm, werden wir uns damit begnügen müssen, statt Delay die nullstellige Lambda-Abstraktion zu notieren. Gut, das wäre Delay und damit ist eigentlich die Hälfte der Implementationsarbeit schon geleistet. Was wir noch brauchen ist Force, so ein Versprechen, ein Promise-P einzulösen. Wir wissen jetzt, was sich hier hinter diesem Promise-P verwirkt, nämlich eine nullstellige Funktion. Okay. Erinnerung an die Signatur unserer Force-Funktion. Okay. Hier ist die Definition für Force. Hier kommt das Promise-P. P ist eine nullstellige Funktion, kommt in unser Force hinein. Wir wissen also, was Force ist. Eine Higher-Order-Function der des Typs I. Eine Higher-Order-Function, die eine nullstellige Funktion, Promise auf Prozent A ist nichts anderes, eine nullstellige Funktion konsumiert. Hier ist die nullstellige Funktion und im Body von Force passiert genau das hier. Die nullstellige Funktion P wird auf null Argumente angewandt, aber sie wird angewandt. Okay. Die runden Klammern, die hier um dieses P stehen, sind essentiell. Nicht weglassen. Das sind die Klammern, die dazu führen, dass die nullstellige Funktion P tatsächlich zur Auswertung kommt. Hier, lassen wir mal versuchen, das irgendwie zu markieren. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Hier, an der Stelle, wo ich jetzt gerade diesen Strich gezogen habe, müssten normalerweise die Argumente von P stehen. Es gibt keine Argumente für P, P ist eine nullstellige Funktion. Trotzdem, diese runden Klammern hier, diese beiden, bringen die nullstellige Funktion P zur Auswertung. Eine nullstellige Funktion, wie die hier zum Beispiel, zur Auswertung zu bringen, bedeutet, ja, den Body dieser Funktion zur Auswertung zu bringen. Jetzt gibt es tatsächlich Butter bei die Fische. Jetzt wird der verzögerte Ausdruck E tatsächlich zur Auswertung gebracht. Jetzt kommt es zur Auswertung, zur Einlösung des Versprechens. Okay. Also auf der Basis dieser nullstelligen Funktionen sind das hier, das Delay, der syntaktische Zucker, den wir durch diese nullstellige Lambdaabstraktion übersetzen und diese simple Implementation von Force P, die einfach nur diese nullstellige Funktion aufruft, valide Implementation von Delay und Force. Zwei sehr, sehr kompakte, sehr, sehr elegante Implementationen für diese für diese Überlegungen. Okay. Dann lasst mich das mal kurz rüber in den Racket gehen. Ich habe den Racket noch gar nicht angeworfen. Hier endlich habe ich den Racket natürlich auch mitgebracht. Und ich habe auch Racket mitgebracht mit entsprechenden Cut-and-Paste Vorbereitungen. Ihr seht hier die Dinge vom letzten Jahr. Okay. Aber was ich gerne rüber kopieren möchte, sind die relevanten Definitionen von Promise of und Force. Und zwar genau die, die ihr gerade eben auf den Slides gesehen habt. Mal schauen, kurze Auswertung bringen. Jawohl, ganz hervorragend. Okay. So. Ja, jetzt lasst uns mal überlegen, ob das mit dem Delay und dem Force tatsächlich so hinhaut. Ich habe hier einen Ausdruck, der wie eine Bombe sofort eine Division durch Null auslösen würde. Wenn ich hier entsprechend Enter drücke, dann habe ich hier sofort die rote Felder-Meldung durch Null geteilt. Alles klar. Kein Wunder. Würde ich aber die Auswertung dieses Ausdrucks, dieses Ausdrucks dieser Division durch Null verzögern mit Delay, dann würde ich erwarten, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt kein Problem besteht. Denn wir werten die Division 1 durch Null an der Stelle nicht aus. Wir verzögern sie. Es gibt bloß das eine Problem. Ich darf das Delay hier, das ich als syntaktischen Zucker bezeichnet habe, tatsächlich hier in meinem Sprachmodus Schreib-Dein-Programm nicht tatsächlich angeben. Was ich stattdessen angeben muss, ist die nullständige Lambda-Abstraktion in dieser Form. Aber das ist auch nicht viel komplizierter. Jetzt habe ich eine verzögerte Division von 1 durch Null vor mir. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann habe ich hier tatsächlich keinerlei Fehlermeldung zu erwarten. Die Auswertung des Bodies ist verzögert worden. Das ist eine nullständige Lambda-Abstraktion. Die Reduktionsregel E war Lambda für Zafu. Da ist überhaupt gar nichts passiert. Das bleibt einfach unausgewertet als Funktion stehen. Und hier die REPL gibt uns den entsprechenden Hinweis darauf. Aber irgendwann ist es vielleicht soweit, dass wir dieses verzögerte Versprechen wirklich einlösen wollen. Und dann kommt es hier zu einem entsprechenden Force. Und jetzt werde ich das entsprechende Problem sehen. Der Body dieser nullständigen Funktion wird tatsächlich zur Ausführung gebracht. Was ist Force tatsächlich hinter den Kulissen? Force führt einfach zu der Auswertung dieser nullständigen Funktion. Hier seht ihr diese runden Klammern, die wir gerade auf Folie 23 besprochen haben. Diese runden Klammern, die ich jetzt ganz außen highlighte. Das ist die Anwendung der nullständigen Funktion. Wenn ich das durchführe, dann komme ich tatsächlich hier auf meinen Fehler durch Null geteilt. Ich hätte hier tatsächlich auch Force schreiben können. Im Gegensatz zu Delay können wir Force tatsächlich als Funktion definieren. Und wir haben auch hier das entsprechend gleiche Problem. Okay, wunderbar. Lass uns das mal ein bisschen erweitern hier, das entsprechende Beispiel. Ja, also hier zum Beispiel, also als Beispiel das Versprechen oder das Promise, dass ich zu jedem Zeitpunkt, wenn du mich dazu zwingst, 1 plus 41 ausrechnen. Aber nur, falls erforderlich oder falls gefordert, sagen wir mal so. Gut. Und was ich hier definieren werde, das ist nicht die 42, sondern ein Versprechen, dass ich zu 42 ausgewertet werden könnte. Das ist das Promise. Wenn es denn soweit ist und nötig sein sollte, eine Natural zu liefern. Das ist kein Natural, das ist ein Versprechen, ein Natural zu liefern. Wie kann ich das entsprechend erreichen? Ja, indem ich hier nicht plus 1,41 eingebe. Das wäre die 42, sondern die Auswertung von 1 plus 41 entsprechend verzögere. Leider dürfen wir kein Delay hinschreiben. Also schreiben wir die nur ständige Lambda-abstraktion hin. Auch nicht schlimmer. Okay, das ist mein Versprechen bei Bedarf 1 plus 41 auswerten zu können. Okay. Und wenn ich hier mit Evaluate... Ei, ei, ei. Relativ kalt hier im Büro, muss ich sagen. Klamme Finger. Kann ich so gut tippen. Okay, also Evaluate to 42 einmal... Will Evaluate... Einmal hier durch die Auswertung von Racket geschickt. Ja, was ich tatsächlich hier unten als letzten Ausdruck sehe, ist nicht die 42. Es ist das Versprechen, die 42 berechnen zu können bei Bedarf. Solche Versprechen sind durch nullstellige Funktionen implementiert. Darum hier der entsprechende Hinweis darauf, dass will evaluate to 42 eine Funktion ist. Und tatsächlich, wenn ich das Ganze mal markieren würde und dann in den Stepper gehe und dem Stepper mal auf die Füße trete. Irgendwie gibt es hier einen entsprechenden Bug. Alles klar. So, jetzt geht's gut. Und dann hier auf Selected wechsle. Da ist Selected. Okay. Will Evaluate to 42. Ja, das ist einfach nach Eval-ID gleichwertig mit dieser entsprechenden Lambda-Abstraktion. Eine unangewandte Lambda-Abstraktion. Und an der Stelle gibt es auch schon keine weitere Auswertungsarbeit mehr zu leisten. Wenn ich jetzt hier den nächsten Auswertungsschritt in meinem Stepper aufrufe, werde ich irgendwas anderes sehen. Ich glaube, die Testauswertung meines Files würde irgendwie... Ja, genau. Hier geht's irgendwie um Q-Sort und so weiter. Das hat überhaupt nichts mit unserem Evaluate to 42 zu tun. Hier findet keine weitere Auswertung statt. Genau wie wir das wollten. Plus 1,41 ist an der Stelle verzögert worden. Okay. So, jetzt habe ich mir wahrscheinlich hier so eine Dialogbox eingehandelt, die ich nicht brauche. Lass mich die mal kurz schließen. Genau, die hier. Halt. Genau. Und den Stepper zu. Und so hier. Haben wir's? Ja, sieht wieder gut aus. Okay. Ja, anders sieht's aus, wenn ich mit einem Force daherkomme und tatsächlich das Versprechen einlöse. Auswertung. Und tatsächlich werde ich jetzt hier an der Stelle die 42 sehen. Mal gucken, ob es der Stepper wieder die Fehlermeldung zeigt oder ob er diesmal funktioniert. Stepper anwerfen. Nein. Muss mit der Fehlermeldung starten. Noch mal einen Stepper starten. Noch mal einen Stepper starten. Das ist, glaube ich, ein Bug-Report. Werd an die Kollegen, die Racket bauen. Ja. 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 Das hier ist unser Aufruf von Force Evaluate to 42. Force Evaluate to 42 führt dazu, dass Evaluate to 42 hier tatsächlich eingesetzt wird in unser Force. Er kennt die Anwendung der nullständigen Lambda-Up-Sanktion P hier an der Stelle in dem Body von Force. Nächsten Auswertungsschritt irgendwie starten. Okay. Will Evaluate to 42 ist zu unserem Versprechen aufgelöst worden. Das war nur ein einfacher Eval-ID-Schritt. Was jetzt kommen wird ist, ja, vielen Dank. Was jetzt kommen wird, ist die Anwendung, die Anwendung dieser Lambda-Abstraktion auf dieses Argument. Und ihr wisst, was passiert. Es wird eine Kopie dieses Bodies hergestellt werden. Und an den Stellen, wo der Parameter P auftaucht, wird dieses Argument die nullständige Lambda-Abstraktion eingesetzt werden. Gleich mal durchführen. Ja. Und tatsächlich haben wir das hier an der Stelle auch erhalten. Ihr seht unsere nullständige Lambda-Abstraktion eingesetzt in die äußeren Rundenklammern, die zur Auswertung dieser nullständigen Funktionen führen werden. Und das werden wir jetzt an der Stelle gleich mal durchführen. Ja. Die Auswertung dieser nullständigen Funktionen führt dazu, dass ihr Body zu reduzieren ist. Der Body ist plus 1,41. Einmal reduziert kommt die 42 mal raus. Fertig. Tatsächlich konnten wir die Auswertung des entsprechenden Ausdrucks an der Stelle einfordern. Mit Force. So. Ein letztes Wort noch zu Delay. Und vielleicht allen Kommilitonen und Kommilitonen, die unzufrieden damit sind, dass wir nullständige Lambda-Abstraktionen wie die hier formulieren und notieren müssen, anstatt tatsächlich Very Convenient Delay eingeben zu können. Wie gesagt, das ist eine entsprechende Einschränkung, die uns unser Schreibt-Dein-Programm-Sprach-Ebene aufdrückt. Aber wenn ich mal in eine andere Sprachebene umschalte, in die volle Racket-Sprachebene hier an der Stelle, dann seht ihr, dass ich zusammen mit meiner üblichen Definition von Force, die wir jetzt schon kennen, Anwendung der nullständigen Lambda-Abstraktion, eine Implementation von Delay schaffen kann, die nicht in Form eines normalen Define einer Funktionen daherkommt. Und ich hatte euch schon auf der Folie 23 darauf hingewiesen, dass eine Definition von Delay als Funktion scheitern muss. Ich werde hier den entsprechenden Grund nicht verraten. Super Training, um euch die Reduktionsregeln an der Stelle nochmal anzutun. Stattdessen definiere ich in dieser erweiterten Racket-Sprachebene Delay als ein sogenanntes Makro. Und dieses Makro werde ich jetzt an der Stelle nicht so taktisch irgendwie ausfalten. Ich kann euch nur sagen, dass das hier eine Ersetzungsregel ist, die sagt, ein Delay entspricht im Programmtext tatsächlich in Wirklichkeit einer nullständigen Lambda-Abstraktion genau dieser Form, wie wir sie eingeführt haben. Wenn ich das hier an der Stelle mal auswerte, dann kann ich hier tatsächlich mit einem Delay, zum Beispiel mit dieser Bombe hier, daherkommen. Und das hier wird tatsächlich ein nicht ausgewerteter Ausdruck sein. Und ihr seht, hier an der Stelle auch Delay liefert mir an der Stelle keine Fehlermeldung, sondern eine Funktion oder wie sie hier in dieser Sprachebene genannt wird, eine Procedure. Aber ein Force darauf wird mir das Ganze irgendwie auswerten können und mir tatsächlich eine Division durch Nullfehler an der Stelle anzeigen. Okay, also, tatsächlich kann man einen Delay in dieser syntaktischen Notation in Rekord definieren, bloß nicht in der Sprache eben der SDP, also wieder zurück in unsere Welt, in der wir mit diesen entsprechenden nullständigen Lambda-Abstraktionen ganz genauso gut umgehen können. Und damit haben wir alle Ingredienzien an der Hand, um tatsächlich Streams definieren zu können. Wir brauchten das Forcing und das Delay, um den Tail des Streams irgendwie zu definieren. Und ja, damit, wenn wir jetzt tatsächlich alles in der Hand haben, dann können wir das Ganze denn nochmal angehen. Ich blätter nochmal ganz kurz in den Folien zurück, das mache ich eigentlich nicht so gern. Aber einfach, um euch zu erinnern, Streams oder solche Strukturen, Stream of %A, sind auch Paare aus einem ganz regulären Kopf-XI mit Signatur %A und so einem verzögerten, jetzt können wir das endlich hier lesen an der Stelle, einem verzögerten Tail. Das ist kein Stream of %A, das ist ein Versprechen bei Bedarf, bei Forcing den entsprechenden Rest-Stream erzeugen zu können. Aber was wir vor uns haben, ist tatsächlich in seiner Grundstruktur erstmal so ein Paar aus Head und Tail. Und das bestimmt natürlich auch die Definition unserer Streams. Jetzt blätter ich wieder vor und zwar auf die Folie 24. Sorry für die ganze Blätterei. So, ja, hier werde ich mal entsprechend Racket-Code entwickeln, der uns tatsächlich solche Paare, solche Stream-Zellen implementieren kann. Und was wir zuerst vor uns sehen, ist tatsächlich eine Define-Record-Definition, die fasst aus wie die Define-Record-Definition von Cons oder Define-Record-Tuple, wie ihr das jetzt schon so oft auf den Übungsblättern gemacht habt, um euch Polymorphe-2-Tuple besorgen zu können. Wir nennen das ganze Ding an der Stelle nicht Cons oder Tuple, wir nennen das ganze Cell, okay? Stream-Zellen tragen die Elemente und die Tails der entsprechenden Streams, die wir konstruieren wollen. Entsprechender Konstruktor, das ist das Prädikat, das wir an der Stelle benötigen. Ja, und dann gibt es einen Head und einen Tail in so einer Stream-Zelle, die ich hier bei der Polymorph angelegt habe. Ihr seht die entsprechenden Signaturen der Selektoren und der Konstruktoren, die wir jetzt für diese Polymorphen-Zellen oder Polymorphen-Zellenpaare angelegt haben. Das Ganze ist wirklich gleichgestaltig isomorph, wie die Mathematiker sagen würden, zu Cons an der Stelle noch. Okay, das ist die Definition von Promise-Of, nichts Neues zu lernen an der Stelle, unsere nurstelligen Funktionen. Ja, und damit haben wir alles an der Hand, um tatsächlich unsere Parameter-Signatur Stream-Of-T definieren zu können. Das folgt genau dem Rezept, wie auch unsere Definition von List-Of-T. Okay, so ein Stream-Of-T ist eine Zelle und in der Zelle gibt es eine erste Komponente, in der tatsächlich immer das Kopfelement lebt, das Head-Element. Und wir wissen, alle unsere Stream-Elemente sind da von der Signatur T, dann wird auch das entsprechende Zellen-Kopf-Element, das Head-Element hier die Signatur T tragen. Was hier angegeben ist, ist tatsächlich der Tail meines Streams, die zweite Komponente meiner Zelle. Und tatsächlich ist das kein Stream-Of-T, sondern ist die Möglichkeit, das Versprechen bei Bedarf, den Stream, den Rest-Stream an der Stelle erzeugen zu können. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Puzzleteile an der Stelle irgendwie zusammensetzen und erhaltet jetzt ein kohärentes, komplettes Bild von dem, was tatsächlich Streams sind. Okay, die Definitionen hier zu Make-Sell und Stream-Of, die habe ich mir natürlich auch in meinem Cut-and-Paste-Buffer vorbereitet. Die sind so essentiell, dass ich die natürlich hier auch in meinen Experimenten haben möchte. Da sind sie. Super. Okay, also nichts Neues zu lernen hier in dem Racket-Puffer an der Stelle, nichts Neues gegenüber den beiden Slides, der Slide 24, die ich euch gerade gezeigt habe. Einmal auswerten, schauen wir mal, das sieht alles gerade aus. Ganz hervorragend. Ja, dann können wir mal versuchen hier irgendwie zu operieren mit Streams. Ja gut, viel können wir an der Stelle irgendwie noch gar nicht machen, weil wir gar keine Beispiel-Streams irgendwie so in die Hand nehmen können. Was ich vorschlagen würde, ist uns eine Funktion zu definieren, die uns für unsere weiteren Experimente einfachste Streams, zum Beispiel den Streams der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, Punkt, Punkt, Punkt. Wie gesagt, es gibt kein Ende bei dem Ding. Das ist kein from to, sondern das wird der from-Stream werden. Der from n-Stream, der die Elemente n, n plus 1, n plus 2 und so weiter irgendwie beinhaltet. So eine Funktion würde ich mir an der Stelle gerne schreiben. Das wären einfachste Beispiel-Streams, die ich benutzen kann, um Tests zu formulieren oder auch in meiner REPL irgendwie einfache Experimente zu machen. Das würde ich an der Stelle mal vorschlagen. Und das trainiert gleich auch die Benutzung dieser ganzen Signaturen hier an der Stelle. Super Plan. Okay, also kommen wir zum Beispiel. Und was wird das Beispiel machen? Das wird der Stream sein, der die Zahlen ab n trägt, ab n einschließlich. Okay, ab n und nicht bis m oder sowas. Wie gesagt, das Ding hat kein Ende. Und das Ganze werde ich from nennen. Nicht from to, sondern nur from. Was du mir gibst, ist die erste Zahl n. Was ich dir geben werde, ist ein Stream of solchen Zahlen. Okay, also wenn ich starte mit einer ersten Zahl in dem Stream, was ich bekomme, ist eine Struktur, die potenziell unendlich viele solche Zahlen ab n liefern kann. Irgendwie eine ganz coole Konstruktion. Also define from. Was ich brauche, ist der Parameter n. Der Start meines Streams. Und damit ist klar, ich habe mein entsprechendes Argument konsumiert. Was ich jetzt brauche in meinem Body von from, ist die Konstruktion eines Streams. Und ich weiß, wie Streams aussehen. Das sind Zellen. Das sind Zellen, die ich nur mit MakeCell, mit diesem Konstruktor hier definieren kann. Ja, hier wäre der Head des Streams einzutragen. Hier wäre der Tail des Streams einzutragen. Sehr gut. Ich weiß, wie der Head des Streams aussieht. Das ist nämlich genau die Zahl n. Die kleinste Zahl, die sich in diesem Stream wiederfinden soll. Das ist eine Number. Und tatsächlich, so ein Stream streckt in seinem Head-Element ein Element dieser Signatur, eine Number. Das passt ganz hervorragend. Was hier steht, ist das Versprechen, das Versprechen bei Bedarf, den Stream mit den Zahlen n plus 1 und so weiter erzeugen zu können. Okay, also was hier steht, ist nicht dieser Rest-Stream, sondern das Versprechen, ihn erzeugen zu können. Wie ich solche Promises erzeugen kann, das weiß ich. Mithilfe unseres Delays oder hier mit dieser nullstelligen Lambda-Abstraktion. Ja, was ich verspreche ist, dass ich bei Bedarf den Stream, der ab n plus 1 startet, erzeugen kann. So, das ist das Versprechen, das ist der Ausdruck, der den Rest-Stream erzeugen würde. Zu diesem Zeitpunkt erzeuge ich ihn nicht. Stellt euch vor, ich würde hier an der Stelle, lasse ich mich das ganz kurz nochmal kurz löschen hier. Nur, um das auf der Zunge zergehen zu lassen. So, lass mal so viel Zeit noch sein. Okay, stellt euch vor, das wäre meine Definition gewesen. Eine unendliche Rekursion ohne Abbruch. Okay, also wir würden From auf n aufrufen, würden uns dann auf n plus 1 aufrufen, würden eine Zelle mit dem Inhalt n plus 1 generieren, die sofort zur Auswertung des Funktionsaufrufes n plus 2 führen würde und so weiter. Abgesehen davon, dass die Signaturen nicht stehen würden, wäre das eine unendliche Rekursion, die niemals zum Ende kommen würde. Okay, darum, super essentiell, dass wir hier einen Delay, die nullstellige Lambda-Abstraktion, einfügen und die Auswertung dieses Ausdrucks an der Stelle verzögern. Nur, wenn unser Aufrufer ganz sicher ist, dass er tatsächlich noch das nächste Stream-Element sehen will, dann wird er den Stream-Tail-Forcen und tatsächlich hier das nächste Element generieren. Aber schon bei der Generierung des nächsten Elementes werden wir sofort wieder in den Stop-Modus gehen und den Rest-Streams dieses folgenden Elementes n plus 1 noch nicht sofort irgendwie erzeugen, sondern nur das Versprechen liefern, diesen entsprechenden Rest-Stream zu erzeugen. Ich denke, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, danke, das machen wir nicht. Ja, jetzt haben wir unsere From. Also hier, das ist der Stream, der mit 1 beginnt. Und to nobody's surprise, was wir als Ergebnis erhalten, ist eine Zelle. Eine Zelle, in der hier in dem ersten, ersten Komponente, in dem Head der ersten Zelle, tatsächlich die Zahl 1 steht, genau wie wir es erwartet haben. Ja, und hier in der Tail-Komponente, in der zweiten Komponente dieses Streams, dieser Zelle, findet sich das Versprechen bei Bedarf, den Rest-Stream erzeugen zu können. Okay, wir könnten also mit Head, mit dem Selector Head, tatsächlich hier an die 1 herankommen und haben jetzt irgendwie den Eindruck davon, wie wir tatsächlich auf die Elemente aus diesem Container, dieser Streams irgendwie zugreifen können. Ja, wir könnten auch auf den Tail zugreifen. Unseren verzögerten Rest-Stream. Wenn wir jetzt tatsächlich sicher sind, dass wir in diesen Rest-Stream hineinschauen wollen, dann wäre es an der Zeit, ein Force auf diesem Tail aufzurufen. Jetzt wäre es an der Zeit. Was uns das geben wird, ist das nächste Stream-Element. Ja, tatsächlich, das nächste Stream-Element ist eine Zelle. Diese Zelle trägt den Wert 2. Hervorragend. Und das Versprechen, den Stream, der ab 3 startet, irgendwann erzeugen zu können. Alles klar. Also, hier diese Zelle zu erhalten, das ist schön und gut. Ich würde gerne an die 2 selber, an das generierte Element herankommen. Das kann ich einfach durch die Anwendung des Selector Head erreichen. Und damit bin ich hier tatsächlich an der 2. Okay, und ihr könnt euch jetzt schon denken, dass ein entsprechendes Ping-Pong zwischen Head und Force Head und Force an der Stelle mir dazu führen könnte, mich beliebig weist, soweit ich es denn brauche, in diesen unendlichen Stream der Zahlen 1, 2, 3 und so weiter hineinnavigieren zu können. Eine tolle Funktion, eine Utility-Function, die eine Brücke darstellt. Eine Brücke darstellt zwischen der Welt der Streams, dieser unendlichen Datenstrukturen und der Welt der endlichen Container, der Listen, die würde ich euch gerne auf Folie 25 verkaufen. Das ist die Funktion StreamTake, die tatsächlich die ersten N-Elemente eines potenziell unendlichen Streams anschaut. Lass da mal drauf gehen. Das ist noch die Folie 24, aber hier ist die Folie 25. Das ist die Funktion StreamTake, die Brücke zwischen Streams und Listen. Ihr könnt das schon an der Signatur der entsprechenden Funktion ablesen. Hier, rein geht ein Stream von %A-Elementen, raus geht eine Liste, also eine endliche Datenstruktur. Welchen endlichen Teil von diesem unendlichen Stream werden wir anschauen? Ja, die ersten N-Elemente. Hier, das allererste Element von StreamTake, ganz ähnlich wie die Take-Funktion auf Listen. Das erste Element von StreamTake wird eine natürliche Zahl sein, 7 zum Beispiel, gibt an, dass wir den Präfix, die ersten sieben Elemente dieses Streams, explorieren werden. Diese sieben Elemente in einer siebenelementigen Liste aufsammeln und damit dann diesen restlichen Stream irgendwie in Ruhe lassen. Siebenmal werden wir einen Force auf dem Tail ausführen, um tatsächlich die geforderten Elemente rauszusammeln, in dieser Liste aufzusammeln und nicht weiter diesen Stream explorieren. Das ist die Grundregel in jedem Stream-Programm, das ihr schreiben werdet. Ein Stream ist eine potenzielle unendliche Datenstruktur, aber jedes Programm, das ihr schreibt, wird nur einen endlichen Präfix, die ersten N-Elemente dieser potenziellen unendlichen Datenstruktur, explorieren können. Würdet ihr alle Elemente explorieren können? Viel Spaß beim Warten. Da wird 2023 nicht ausreichen. Okay, wie sieht es aus mit dieser StreamTake-Funktion? Wenn ich hier diesen unendlichen Stream von natürlichen Zahlen in meine StreamTake-Funktion einsetze, aber nur den ersten Präfix der ersten fünf Elemente anschauen werde, dann ist das die entsprechende Antwort, die ich erwarte. Eine Liste, die genau fünf Elemente, den Präfix der ersten fünf Elemente aus dem Stream from 1 trägt. Und hier dieser entsprechende esoterische Randfall. Wenn ich kein Element aus diesem Stream anfrage, dann werde ich die leere Liste bekommen. So, das ist die Implementation. Ich brauche eine Zahl N. Wie groß ist der Präfix, den du explorieren willst? Und das ist der Stream STR. Stream? Okay. Ich weiß, dass so ein Stream immer aus so einer Zelle bestehen wird. Ich benutze diesen Match hier an der Stelle nicht, um tatsächlich Fallunterzeichnungen zu betreiben, sondern nur, um Pattern-Matching zu betreiben, um in einfacher und in eleganter Art und Weise an die Komponenten Head und Tail meiner Stream-Zelle heranzukommen. Sollte ich tatsächlich keine weiteren Elemente mehr zu generieren haben, dann ist die leere Liste an der Stelle die Antwort. Ansonsten werde ich eine Liste generieren, in der tatsächlich das Head-Element der Streams lebt. Und dann muss ich tatsächlich noch N-1 weitere Elemente aus dem Stream irgendwie anfordern. Und wie ich dieses Anfordern ausdrücke ist, ich werde mir den Tail des Streams hernehmen. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich soweit, hey Stream, wir brauchen tatsächlich einen Einblick in deinen Tail und werden darum ein Force TL hier an der Stelle anwenden, um das in den rekursiven Aufruf dieser Stream-Take-Funktion zu senden und tatsächlich das nächste Stream-Element zu explorieren. Diese Rekursion wird nach N-Aufrufen tatsächlich ihr Ende finden und tatsächlich keine weiteren Force-Aufrufe auf den Tails ausführen. Wir werden also nicht unendlich weit in die Datenstruktur, die unendliche Datenstruktur STR eintauchen, sondern tatsächlich nur N Elemente tief und damit haben wir an der Stelle kein Problem. Wunderbar. Stream-Take ist hier auf der Folie exploriert, dann brauche ich es auch nicht irgendwie extra einzuhackern, dann habe ich das hier im Cut-and-Paste-Buffer und kann das einfach so rüberziehen. Das ist gut. Sind da sogar zwei Test-Cases drin. Einmal ausführen, laufen die alle durch, laufen alle durch, alle elf Tests bestanden, sieht bisher noch sauber aus. Weiteres Training, lasst uns mal eine Funktion, eine Higher-Oder-Function definieren auf Streams, ein Gegenstück einer Funktion, die wir auf Listen schon so oft benutzt haben und es ist absehbar, dass die im Repertoire, im Werkzeugkasten bei der Arbeit mit Streams genauso gute Dienste leisten kann. Das wird eine Funktion sein, ein Beispiel für eine Funktion, die einen Stream auf einen weiteren Stream abbildet. Das hier war ein Beispiel für eine Funktion, die einen Stream auf eine Liste abbildet. Was wir hier jetzt bauen, ist ein etwas anderes Biest. Und das wird ein Filter sein. Ich filtre einen Stream, den ich str nennen würde, und zwar bezüglich eines Prädikates, also Higher-Oder-Function, das hier wird eine gute Funktion sein, eines Prädikates, p? Und die entsprechende Funktion wird lauten StreamFilter. Gut, genau wie wir das bei den Filter über Listen definiert haben, das erste Argument wird tatsächlich dieses Filterprädikat sein. Das hier wird unser Stream sein, und das wird das Ergebnis, ein weiterer Stream in der Ausgabe sein. Damit wir dieses Filterprädikat tatsächlich anwenden können auf die Elemente des Streams, weiß ich, dass der Stream str mir Elemente der Signatur %a liefern muss. Ansonsten könnte ich mein Prädikat nicht anwenden. Einige dieser %as werden sich tatsächlich nicht behaupten können gegen mein Prädikat, andere schon. Potenziell werden sich unendlich viele solcher %as gegen mein Prädikat p? behaupten können. Hier habe ich einen unendlichen Container von %a-Elementen. Einige davon werden von diesem Prädikat verworfen werden. Dann bleiben immer noch unendlich viele solcher Elemente über. Und was ich als Ergebnisstruktur erhalte, wird weiterhin ein Stream sein. Okay, tatsächlich eine Stream, nach Stream-Funktion, genau wie ich das oben im Kommentar angedeutet habe. So, mal versuchen, das Ding zu bauen hier. Da ist das Prädikat, da ist mein Stream str. So können wir das Ganze irgendwie anwenden. Ja, und genau wie in dem Fall von Streamtake, würde ich ein Match benutzen, um tatsächlich in die Zelle, in die erste Zelle, meine Streams irgendwie einweg zu bekommen. Die Zelle wird aus einem Head und aus einem Tail bestehen. Da ist sie. Wenn ich nämlich einmal den Head in der Hand habe, da ist er, habe ich die Möglichkeit, mein Prädikat p anzuwenden. Hier, Head ist von der Signatur %a. Jetzt kann ich tatsächlich entscheiden, ob der entsprechende Head das Prädikat p erfüllen kann, ja oder nein. Und damit wäre dann ja auch meine Logik, die ich zu programmieren habe, schon beendet. Okay. Wenn Head tatsächlich das Prädikat erfüllen kann, dann gehört es auch in den Ergebnissstream. Und wie baue ich einen Stream, der als entsprechendes erstes Element das Element Head trägt? Ja, das weiß ich, wie ich das zu tun habe. Genau so. Okay. Ja, was ich jetzt noch hier angeben muss, das ist der Tail, das Versprechen, einen restlichen gefilterten Stream erzeugen zu können. Okay. Hier ist der Versprechensanteil. Okay. Was ich hier an der Stelle irgendwie einsetzen werde, das ist nicht der Tail meines Streams STR, denn wir wollen da tatsächlich alle Elemente in diesem Tail auch gegen das Prädikat p-Fragezeichen testen, wenn ich eine Funktion hätte nur, die mir gegeben ein Stream, force.tl an der Stelle, ein Stream tatsächlich die Elemente, die das Prädikat p-Fragezeichen bestehen, irgendwie rausfiltern. Ja, so eine Funktion habe ich, das ist die Stream-Filter-Funktion. Der Rest des Streams, hier haben wir den Rest des Streams an der Hand, muss ich tatsächlich gegen die entsprechenden Elemente meines Filters p hier an der Stelle beweisen können. Aber natürlich werde ich mich an der Stelle nicht rekursiv aufrufen, das würde gleich wieder zu dieser unendlichen Rekursion führen. Wenn das hier tatsächlich der Inhalt wäre, meines rekursiven Aufrufes, dann würde ich hier den Tail forcen, ich würde versuchen, den zu filtern, das würde sofort zu einer unendlichen Rekursion führen. Aber ich kann das Versprechen abgeben, das bei Bedarf tatsächlich tun zu wollen. Und genau das mache ich hier an der Stelle. Okay, ja. Vielleicht kann mein Element hat aber tatsächlich dieses Prädikat nicht erfüllen. Okay, ja. Dann muss ich meine Filterung, dann muss ich meine Filterung tatsächlich weiter fortsetzen. Und natürlich züglich des gleichen Prädikates. Und zwar auf dem Rest des Streams. Hier ist es nicht, hier ist es klar, hier ist es klar zu diesem Zeitpunkt, dass wir tatsächlich den Rest des Streams explorieren müssen. Den Rest des Streams müssen wir explorieren, weil had unser Prädikat nicht erfüllen konnte. Vielleicht finden wir entsprechende Trefferelemente in dem Tail des Streams. Jetzt ist es daher Zeit, den Tail zu explorieren. Mit force.tl kriegen wir genau diesen Rest-Stream in die Hand und das geht in den rekursiven Aufruf an der Stelle von Stream-Filter hinein. Okay, wenn das alles funktioniert, dann müsste man doch hier so ein Check-Expect irgendwie formulieren können, indem ich einen Stream-Filter anwende auf einen Even-Filter anwende auf meine natürlichen Zahlen ab der Zahl 1, die ich hier an der Stelle definiere. Okay, das hier, das müsste doch der Strom der geraden Zahlen sein. Und ja, hier an der Stelle würde ich ihn gerne mit dem Strom der geraden Zahlen vergleichen, um hier meinen Testfall zu formulieren. Aber ganz klar ist, ein Testfall, der Ströme miteinander vergleichen würde, das wäre ein unendlich laufender Testfall. Denn die beiden beteiligten Ströme, nämlich der, den ich jetzt gerade markiert habe und den, den ich jetzt gerade blau markiere, die hätten kein Ende. Alles, was ich machen kann in solchen endlich laufenden Testfällen, ist einen endlichen Präfix, einen endlichen Präfix dieser Ströme miteinander zu vergleichen und endliche Präfixe aus solchen Strömen zu entfernen, das weiß ich, wie das geht. Das geht mit Stream-Take. Also die ersten 10 geraden Zahlen, die müsste ich eigentlich hier an der Stelle mithilfe mit Stream-Filter-Even berechnen können und auch vergleichen können. Was Stream-Take mir gibt, ist eine Liste, eine endliche Datenstruktur, in der ich jetzt die ersten 10 geraden Zahlen, 2, 4, 6, 8, 10, das sind 5 und 12, 7, 16, 18 und 20, das sind doch die ersten 10 geraden Zahlen, in dem ich die tatsächlich an der Stelle erwarte. Okay, also Stream-Take, hier der entsprechende Aufruf, essentiell in der Formulierung von Tests, die natürlich nur endlich lang laufen sollen. Okay, also wir haben das Ganze mal Modulo-Typos zum Laufen bringen, alle 12 Tests bestanden, sieht gut aus, tatsächlich. Ein Hinweis noch, wie sieht es aus mit einem Prädikat, p-Fragezeichen, das sehr, sehr picky ist, das tatsächlich vielleicht wenige oder vielleicht gar kein, gar kein Head-Element an der Stelle als akzeptabel für den Ergebniss-Stream irgendwie ansieht. Okay, also wenn so ein p-Fragezeichen tatsächlich dauernd Falls liefern sollte, dann gibt es niemals die Möglichkeit, tatsächlich das erste Stream-Element meines Ergebniss-Streams hier tatsächlich in so einer explizit, in so einer Zelle zu platzieren. Was wir stattdessen machen müssen, ist uns weiter, weil Head unser Prädikat p-Fragezeichen nicht erfüllen kann, uns weiter in dem Stream-Tail auf der Suche nach Elementen begeben, die tatsächlich unser p-Fragezeichen erfüllen können. Sollte p-Fragezeichen wirklich super picky sein, dann kann es tatsächlich hier an der Stelle dazu kommen, dass wir endlos uns in den Rest-Stream hinein navigieren werden, um solche Treffer-Elemente irgendwie zu lokalisieren. Das können wir mal probieren. Wir können mal einen Stream-Filter aufrufen. Zum Beispiel konnten wir uns auf die Suche nach der 0 begeben, in diesem Stream, der erst mit der 1 beginnt. 1, 2, 3 und so weiter. Das ist ein Prädikat, das auf diesem Stream from 1 niemals zu einem Treffer fehlen wird. Und tatsächlich sage ich mal voraus, dass das hier eine unendliche Rekursion liefern wird. Das reduziert und reduziert und läuft und reduziert und reduziert. Da gibt es an der Stelle nichts zu gewinnen. Das Ganze breche ich mal ab. Ja, User-Break. Also Vorsicht mit Stream-Filter, wenn die Prädikate tatsächlich sich auf sehr, sehr, sehr lange Suche, vielleicht unendlich lange Suche, auf entsprechende Treffer in den Streams begeben müssen. Dann ist bei Stream-Filter zu erwarten, dass die Filterungsarbeit sehr, sehr lange läuft. Vielleicht sogar unendlich lange. Okay. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Material für Streams eingesammelt. Ich möchte euch noch ein Beispiel an der Stelle hier live in den Videos präsentieren. und das ist ein Algorithmus, ein sehr, sehr alter Algorithmus, ein Algorithmus, der mehr als 2000 Jahre alt ist, mehr als 2200 Jahre alt ist. Lass mal hier hergehen. Genau. Mehr als 2200 Jahre alt ist ein Algorithmus zur Berechnung von Primzahlen. Okay. Und zwar zur Berechnung aller Primzahlen potenziell. Und ja, nach dem bisherigen Kenntnisstand der Mathematik ist die Quelle an Primzahlen niemals erschöpft. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Und tatsächlich, dieser Algorithmus, das Sieb des Eratosthenes, ist ein 2200 Jahre alter Algorithmus, der tatsächlich den Stream aller Primzahlen, potenziell aller Primzahlen, liefern kann. Ja, okay. Tatsächlich ist das ein Stream-Programm, würde ich mal sagen. Denn ja, dieser Strom an Primzahlen wird niemals versiegen. Das Ergebnis des Sieb des Eratosthenes ist ein Stream natürlicher Zahlen, in dem sich aber nur die Primzahlen befinden werden. Okay. Der Algorithmus ist sehr, sehr schnell erläutert. Hier auf dieser einen Slide. Sogar noch mit einem großen Beispiel zu versehen. Das ganze Ding ist also wirklich sehr, sehr einfach. Wie sieht es aus? In diesem Algorithmus starte ich hier im Schritt 1 mit einem unendlichen Stream an Zahlen 2, 3, 4, mit allen natürlichen Zahlen starten mit der 2. Das wird kein Problem sein. Mit unserem Funktionsaufruf From 2 werden wir genau diesen Stream, der hier gefordert ist, in dem Schritt 1 meines Algorithmus des Sieb des Eratosthenes tatsächlich sehr, sehr leicht irgendwie herstellen können. Und ich habe mir hier das, was uns der, was uns dieser Schritt 1 liefert, hier mal versucht, unter dieser 1 hier darzustellen. Hier seht ihr die 2 und die 3 und die 4. Lasst euch mal von dem Durchgestrichenen hier an der Stelle nicht irritieren. 5, 6 und so weiter. Das ist der Stream From 2. Leider konnte ich nur einen ähnlichen Präfix hier auf diese Slide aufbringen. Klar, sonst hätte ich unendlich viele Slides benötigt. Alles klar. Das ist das, was uns der Schritt 1 liefert. So, der zweite Schritt des Algorithmus sagt, hey, wenn du den Stream, den du dir gerade notiert hast, wenn du dir den anschaust, die erste Zahl in diesem Stream, die erste Zahl n, die ich unten mit so einem Pfeil markiert habe, in diesem Stream, das ist eine Primzahl. Clever gemacht, wenn wir den Stream hier mit der 2 haben starten lassen, tatsächlich 2 ist die erste Primzahl. Damit ist das irgendwie an der Stelle in dem Start des Algorithmus klar. Lass uns mal runtergehen hier. Das war die erste Zahl in diesem unendlichen Stream, markiert mit einer 2 hier an der Stelle. Ich habe das hier auch an der Stelle mal dann Boldface markiert. Das ist tatsächlich die erste Ausgabe unseres siebtes Eratosthenes. Jetzt ist es soweit. Mal gucken, ob was da helfen kann. da ist gleich Zeit für selber Honig. Ich glaube, ich glaube, es ist soweit heute. So. Sorry, schlechter Stil, ich weiß das, aber nutzen müssen wir sie an der Stelle abbrechen. 100%ig. sauber. Ja, okay. Ah, nee, das kann ich mir nicht antun, wie ich in den Bonbon lutsche. Also, Bonbon raus. Da seht ihr, dass es ungeschnitten und live ist hier. Okay, ich hoffe, das war nicht auf der Kamera, mein Liebermann. Okay. So, also, 2. Die erste Ausgabe unseres Algorithmus hier markiert mit dem entsprechenden Pfeil. Gut. Nächster Schritt des Algorithmus. Streiche die Vielfachen von n, n war 2, unsere erste Zahl, die wir aus dem Stream gegriffen haben. Streiche die Vielfachen von m im Tail von str. Okay. Und ich habe das hier unten angedeutet mit diesem entsprechenden Strich. Okay, also das hier war unsere Zahl n. Alle Vielfachen von n im Rest des Streams streichen, entfernen. Okay. Also, werde ich hier den Rest des Streams lang wandern. 4, Vielfachen von 2 wird auf jeden Fall gestrichen. Die 3 darf bleiben, die 5 darf bleiben, die 6 muss gehen, die 8 muss gehen, die 10 muss gehen. Alle geraden Zahlen müssen gehen hier an der Stelle. Ihr seht, dass alle ungeraden Zahlen hier als potenzielle noch Primzahlen in unserem Stream verbleiben dürfen. Aber alle Vielfachen von n, müssen an der Stelle gehen. Das war der Schritt 3 meines Algorithmus. Ja, was der Algorithmus jetzt sagt ist, diese Zahl 2, das n, das du vorne betrachtet hast, das hat damit seine Schuldigkeit getan. Es ist als Primzahl schon erkannt worden. Brauchst du an der Stelle nicht weiter betrachten. Wir gucken jetzt nur noch den Tail des entsprechenden Streams an, aus dem du gerade gestrichen hast. Und wenn du den Tail gefunden hast, dann geht es einfach hier bei dem Schritt 2 weiter. Okay, also hier habe ich mir mal den Tail des entsprechenden Streams rausgegriffen, der jetzt uns noch verbleibt. Ihr seht, dass alle geraden Zahlen sowieso schon verschwunden sind. Das ist der Reststream, der mir an der Stelle noch verbleibt. Okay, die 2 werden wir nicht weiter anschauen. Der Schritt 2 sagt, die erste Zahl, die du in diesem Stream findest, das ist eine Primzahl. 3 ist eine Primzahl, das ist gar kein Problem. Okay, alle Vielfachen von 3 im restlichen Stream bitte streichen. 5 und 7 dürfen bleiben, 9 muss gestrichen werden als Vielfaches von 3, 11, 13 dürfen bleiben, 15 als Vielfaches von 3 muss gehen und so weiter. Das ist der neue Stream, den wir an der Stelle erhalten haben. Das erste Element 3 aus diesem entsprechenden Stream vergessen und nur den restlichen Stream anschauen. Das erste Element dieses restlichen Streams ist die 5, das ist eine Primzahl und so weiter und so fort. Aus dem entsprechenden restlichen Stream alle weiteren Vielfachen von 5 gibt gar keine mehr hier in diesem Präfix. Irgendwie entfernen, den restlichen Stream anschauen, das erste Element wird eine Primzahl sein, die 7, die Multiple auf 7 zu entfernen. Was überbleibt, ist dieser Stream, der vorne in 11 trägt, alle Vielfachen von 11 aus dem Rest Stream entfernen und so weiter und so fort. Das ist das Sieb des Eratosthenes. Wenn ich hier die Markierung anschaue, die 2 und die 3 und die 5 und die 7 und die 11, tatsächlich, das sind die ersten paar Primzahlen und wir können unendlich viele weitere Primzahlen erzeugen, die uns das Sieb des Eratosthenes an der Stelle berechnet hat. Wenn ich mir die Dinge anschaue, die wir benötigen, um hier tatsächlich diesen Sieb des Eratosthenes in Racket-Code gießen zu können, dann fehlt uns gar nicht mehr so viel. Also den unendlichen Stream STR der Zahlen 2, 3 zu erzeugen, kein Problem, überhaupt kein Ding. Auf die erste Zahl in so einem Stream irgendwie zuzugreifen und die dann rauszugreifen und in ein Ergebnis zu stecken, kann ich mit dem entsprechenden Head-Aufruf meines Selectors-Head irgendwie durchführen, gar kein Problem. Streiche die Vielfachen von N im Tail von Stream. Okay, das ist etwas, was ich mir an der Stelle noch überlegen müsste, sowas wie entferne alle Multiples von N, sowas müssen wir an der Stelle noch schreiben und dann betrachte von diesem resultierenden Stream nur noch seinen Tail, ja ganz einfach, durch den Tail-Selector kann ich das an der Stelle irgendwie ausdrücken. Das Einzige, was mir bleibt, ist tatsächlich hier, streiche die Vielfachen von N aus einem entsprechenden Stream, aus einem Tail von einem Stream und das ist eine Funktion, die ich mir noch irgendwie bauen müsste. Komm, wir gehen mal rüber, hier in unseren Racket Buffer, so viel Zeit muss sein, da sind wir, sehr gut und dann werde ich das genau bauen. Entferne die Vielfachen von N aus dem Stream STR, das letzte Stück Baustein, das wir brauchen, um das Sieb des Eratosthenes auszudrücken. Ich werde das Ganze Drop Multiples nennen. Wenn ich denn dann hier richtig einhacken könnte, Drop Multiples, das wird eine natürliche Zahl bekommen und auch einen Stream von natürlichen Zahlen, denn nur auf natürlichen Zahlen agieren wir hier, wir sind ja auf der Suche nach Primzahlen und was dann rauskommt, ist wieder ein Strom natürlicher Zahlen, in dem sich aber die entsprechenden Vielfachen von N nicht mehr befinden werden. Das müsste eigentlich die Signatur sein und mal gucken, wie sich das Ding verhalten sollte. Ich werde also einen Aufruf von Drop Multiples durchführen. Zum Beispiel alle Vielfachen von 3 aus diesem entsprechenden Stream entfernen. Okay. Also dieser Stream enthält noch die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Wenn ich die Vielfachen von 3 streiche, dann wird sich die 1 und 2 noch darin finden, die 3 nicht mehr, aber 4, 5, die 6 nicht mehr, 7, 8, die 9 nicht mehr und so weiter und so fort. Das ist das, was ich erwarte. Einen entsprechenden Testfall zu generieren, zu formulieren, bedeutet, dass ich an dieser Stelle das erwartete Ergebnis formulieren kann. Natürlich kann dieses Ergebnis wieder nur ein endlicher Präfix sein dessen, was uns das Stream programmierende Stelle tatsächlich liefern würde, potenziell was Unendliches, aber wir werden uns den Präfix der ersten 10 Zahlen anschauen, die überbleiben, wenn ich die Vielfachen von 3 streiche. Und ja, dieser Präfix ist eine entliche Datenstruktur, das ist eine Liste, den kann ich entsprechend so notieren. Also wir erwarten, dass die 1 und die 2 noch vorhanden ist, die 3 nicht mehr, die 4, die 5 schon, die 6 nicht mehr, die 7 oder 8 schon, die 9 nicht mehr, die 10 schon, die 11 schon, die 12 nicht mehr, die 13, die 14, die 15 nicht mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, ich gebe schon am Ende meine entsprechenden Beispiele. Das sind 10. Das sind 10 natürliche Zahlen, die ersten 10, die tatsächlich keine Vielfachen von 3 beinhalten. Das soll Drop Multibles für mich leisten. Das ist ja eigentlich nicht viel schwieriger als einen Filter zu definieren, würde ich sagen. Hier sind die beiden Ingredienzien, die wir brauchen. Die natürliche Zahl ändern, vielfachere streichen werden und den Stream, aus dem wir das Ganze irgendwie streichen werden. Das müsste sich doch eigentlich ausdrücken lassen durch eine Anwendung unseres Streamfilters. Okay. Hier ist der Streamfilter, den ich anwenden werde auf dem Stream str. Das ist hervorragend. Was ich noch brauche, ist ein entsprechendes Prädikat. Streamfilter wird hier an der Stelle das nächste, das nächste Element x aus meinem Stream herausgreifen. und du kannst dich tatsächlich behaupten, du Element x, wenn du beim Teilen durch beim Teilen durch n tatsächlich nicht null lieferst. Ja, hervorragend. Also, ich gucke mir das entsprechende Stream-Element an, werde das entsprechend durch n teilen und checke, dass ich dann tatsächlich einen Rest, der nicht gleich null ist, ergibt, dann bin ich kein Vielfaches von n und kann tatsächlich im Stream verbleiben. Das ist das Prädikat, das mir die Elemente identifiziert, die in dem Stream verbleiben dürfen. Okay. Wir wissen, dass Streamfilter einen gegebenen Stream auf einen weiteren Stream, einen gefilterten Stream irgendwie abbildet. Damit dürfte auch hier die Endsignatur an der Stelle irgendwie gut aussehen. Und, ja, lass uns das mal durchführen. Wie gesagt, Modulo, Dummheiten, die wir da eingehackt haben, Nein, sieht gut aus. Das ist unsere Drop-Multiples-Funktion. Richtig schöne Anwendung unserer Stream-Filter-Funktion an der Stelle. Okay, und dann können wir auch das siebtes Eratostenes formulieren. Gut. Wir werden einen Stream geben kommen, von dem wir annehmen, dass der Kopf-End tatsächlich eine Primzahl ist, genau wie das das Algorithmus das siebtes Eratostenes irgendwie angibt. Das Kopf-End ist eine Primzahl. Was uns dann noch bleibt, ist Entferne M aus dem Rest des Streams Str. So. Entferne aus dem Stream alle Vielfachen des Kopfes. Genau das ist das, was wir an der Stelle machen wollen. Okay, dann lass uns mal loslegen. das siebtes Eratostenes. Das ist ein Stream-Programm, das tatsächlich mir auf einem Stream von natürlichen Zahlen agieren wird und mir den Strom aller, potenziell unnötlichen Strom aller Primzahlen wie ausgeben wird. Okay, hier kommt der Stream rein. Da kommt er rein. Und ich weiß ganz sicher, dass der Kopf dieses Streams eine Primzahl sein wird. Okay, und damit ist der Kopf dieses entsprechenden Streams tatsächlich auch das Ergebnis, das erste Ergebnis meines siebtes Eratostenes. Also, wie wir das schon jetzt schon öfter gemacht haben, lass uns mal in den Stream reinschauen. Was wir da erwarten, nichts anderes kann an der Stelle uns erwarten, ist, als dass wir eine Zelle, eine Stream-Zelle finden, die tatsächlich aus Head und Tail besteht. oder oben der Kommentar sagt, dass der Kopf n heißen soll in diesem Stream, dann nennen wir ihn an der Stelle auch n, den Kopf. Okay, wenn das tatsächlich unser Stream ist, dann weiß ich, du, erste Zahl n, du bist tatsächlich eine Primzahl und damit gehörst du auch in meinen Ergebnis-Stream. Was ich jetzt noch generieren werde, ist das Versprechen bei Bedarf, das Sieb des Eratostenes auf den restlichen Stream, den gefilterten restlichen Stream, in dem alle Vielfachen von n entfernt worden sind, anzuwenden, um dann bei Bedarf die nächste Primzahl irgendwie generieren zu können. Hier ist die entsprechende Vorbereitung, das Versprechen irgendwie zu konstruieren. Lass uns mal das Programm irgendwie fertig machen. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch die Punkte aufzufüllen. Also wir werden uns rekursiv aufrufen und zwar nicht auf dem Tail dieses Stream selber, sondern auf dem gefilterten Tail, aus dem wir alle Vielfachen von n entfernt haben. Okay, Force, Drop Multiple, Sieb. Okay, das hier, das definiert mir den restlichen Stream meines Siebtes Eratostenes, ausgeführt natürlich erst, wenn wir das zu entsprechend den entsprechenden Force aufrufen. Das hier ist nur Versprechen, das Versprechen, das entsprechend tun zu können. Stellt euch wieder vor, was passieren würde, wenn wir diesen Delay, darum herum, die nullstätige Lambda-Absorption entfernen würden. Wir hätten wieder eine unendliche Rekursion ohne Abruffall vor uns. Okay, aber wir können uns darauf verlassen. Jedes Programm, jedes Programm, das wir über diesem Sieb tatsächlich irgendwie auswerten, wird nur einen endlichen Präfix aller Primzahlen anfragen können und damit wird dieses Versprechen ja nur eine endliche Anzahl oft eingelöst werden können und wir haben kein Problem mehr damit, bei einer potenziell unendlichen Datenstruktur umnehmen zu können. Das ist das Sieb des Eratosthenes. Jetzt kann ich noch einen entsprechenden netten Wrapper bauen, um ein bisschen cheeky hier den unendlichen Strom der Primzahlen zu erzeugen. Der Primzahlen, von denen ich weiß, dass er mit 2 beginnt, mit 3 fortgesetzt wird, mit 5 fortgesetzt wird, mit 7 fortgesetzt wird. Aha, alle ungeraden Unzahlen sind Prim, nein sind sie nicht und so weiter. So wird dieser Stream irgendwie weiter fortlaufen. Das ist tatsächlich der unendliche Strom an Primzahlen. Ein Strom an natürlichen Zahlen, der niemals versiegt. Okay. So, wie ich das mache, das weiß ich. Ich werde einfach das Sieb des Eratosthenes aufrufen auf den Zahlen ab 2. Okay. Ich werde, das Sieb nimmt an, dass das erste Element des Streams, das es in einem rekursiven Aufruf hält, tatsächlich eine Primzahl ist. 2 ist die erste Primzahl und wird dann durch die entsprechende Logik dafür sorgen, dass der 2 aus dem Rest des Streams entfernt wird und so weiter und uns nur Primzahlen erzeugen. Das ist das Sieb des Eratosthenes. dann werden wir das mal versuchen zu übersetzen hier. Jawohl. Gut. Dann lassen wir uns mal einen endlichen Präfix aller potenziell unendlichen Primzahlen anschauen. Das ist hier der Präfix der ersten 20 Primzahlen. Und tatsächlich, da stehen sie. Das sind die Primzahlen, die wir erratet haben. Ich hätte mir auch die ersten 80 Primzahlen anzeigen lassen können. Dauert das schon ein bisschen länger. Die Ausgabe der Liste wird entsprechend lang hier an der Stelle des Präfixes. Aber vollzieht es nach, checkt nach, dass sich hier in diesem entsprechenden Strom tatsächlich nur Primzahlen befinden. das ist das Siebtes Eratosthenes, ein Stream-Programm, das tatsächlich über 2000 Jahre alt ist. Okay. Was ich mit euch jetzt in dieser Stelle, in diesem Stream, weil er auch schon lang genug ist, also in dem YouTube-Stream, nicht in dem unendlichen Stream of Stream, diskutieren möchte, was ich mit euch jetzt hier nicht mehr explizit diskutieren möchte, ist ein weiteres Beispiel, das irgendwie ganz ähnlich angelegt ist, wie das Beispiel des Siebtes Eratosthenes mit den unendlichen Streamzahlen. Das ist die unendliche Sequenz der Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Sequenz, die ihr vielleicht schon in anderen Zusammenhängen, vielleicht sogar in der Biologie mal kennengelernt habt. Die Fibonacci-Sequenz hat eine wirklich schier endlose Anzahl von Applikationen in der Naturwissenschaft da draußen. Das ist eine Sequenz von natürlichen Zahlen, die rekursiv definiert ist. Hier seht ihr die ersten Präfix der Fibonacci-Zahlen und hier dieser Punkt, 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 ist tatsächlich ernst gemeint. Die Sequenz der Fibonacci-Zahlen hat tatsächlich kein Ende. Das ist eine Sequenz, die ich aus einem Start von zwei gegebenen Startzahlen, diesen beiden natürlichen Zahlen 1, beliebig oft fortsetzen kann, beliebig lange fortsetzen kann. Das ist tatsächlich eine Sequenz und keine Liste von Zahlen. Das ist eine unendliche Sequenz von Zahlen. Die Generierungsvorschrift ist sehr einfach. Du nimmst die beiden ersten Zahlen aus deinem Strom, der Fibonacci-Sequenz, eins und eins sind gegeben, addierst die beiden und erhältst damit die nächste Zahl. Okay. Die ersten, die, jetzt habe ich hier die nächsten beiden, die nächsten beiden Elemente aus meinem Stream. Regel sagt, diese beiden Elemente addieren und die nächste Zahl erhalten. Okay. Die letzten beiden Elemente in meinem Stream sind 2 und 3. Diese beiden addieren, damit die 5 erhalten, 3 und 5 addieren, damit die 8 erhalten und so weiter und so fort. Das Ding hat einfach kein Ende. Eine mögliche rekursive Definition für diese Fibonacci-Zahlen findet ihr unten, nämlich, wenn ich hier als Argument die Position, die Nullte, die Erste, die Ente Fibonacci-Zahl irgendwie berechnen wollte, dann weiß ich, dass die Nullte und die Erste Fibonacci-Zahl jeweils 1 sind. Okay. Und dass ich jede weitere Fibonacci-Zahl, also dieses N hier ist mindestens 2 oder größer, jede weitere Fibonacci-Zahl dadurch berechnen lässt, dass ich einfach auf die Fibonacci-Zahl direkt davor und direkt davor, die beiden direkt davor liegenden Fibonacci-Zahlen irgendwie schaue. Also, die Fibonacci-Zahl an dieser Stelle ergibt sich tatsächlich aus den beiden direkt davor liegenden Fibonacci-Zahlen, dass es diese Plus-Addition hier addiert und das ergibt mir dann die Fibonacci-Zahl an der Stelle N. Das ist die rekursive Definition, die ihr wahrscheinlich irgendwie zu 99% da draußen irgendwie im Netz irgendwie findet. Aber diese Slides hier geben euch einen alternativen Blick, eine Option, eine alternative Definition für die Fibonacci-Sequenz, die rein auf den Operationen mit Streams irgendwie generiert. Und das ist hier diese entsprechende Folie 28, in der tatsächlich zwei Streams miteinander irgendwie verheiratet werden. Das ist der Stream der Fibonacci-Zahlen und das ist der Tail dieses entsprechenden Streams. Ihr seht hier, sind noch die beiden Start-Einser zu sehen und es geht irgendwie unendlich weiter. In dem Tail davon fehlt diese Eins und diese Eins und diese Eins entsprechen sich und dann geht es hier entsprechend unendlich weiter. Und diese Konstruktionsvorschrift sagt, zwei untereinander liegende Elemente in diesem Paaren von Streams, die ergeben mir das nächste Stream-Element. Also hier diese beiden untereinander liegenden Einsen ergeben mir tatsächlich eine Zwei und die Zwei ist damit das nächste Element in meinen Fibonacci-Streams. Jetzt weiß ich, wie es hier bei diesen Punkten weitergeht. In Wirklichkeit steht dann nämlich eine Zwei. Ich habe das hier mal entsprechend eingetragen. Eben standen hier noch Punkte. Jetzt weiß ich, wie der Rest dieses Streams teilweise aussieht. Jetzt steht hier tatsächlich die gerade eben gefundene Zwei. Sie steht auch hier an der Stelle, das ist ja der Tail des entsprechenden Streams. Wie es danach weitergeht, I don't know. Sollte uns tatsächlich interessieren, wie es danach weitergeht, dann kenne ich die Berechnungsvorschrift. Ich brauche einfach zwei Elemente, die übereinander liegen in diesem Stream, in diesen beiden Streams, miteinander addieren. Okay, Eins und Zwei addiert, gibt Drei. Jetzt weiß ich, wie diese beiden Streams an diesen Stellen weitergehen. Sie gehen nämlich mit Drei weiter. Also kann ich hier weiter in diese Streams hineinschauen und weiß, dass hier an der Stelle tatsächlich die Drei zu finden ist. Zwei plus Drei ergibt Fünf. Ein weiteres hineinschauen und die Streams würde mir an dieser Stelle also die Fünf generieren und so weiter und so fort. Das ist also einfach ein paar Basis addierende Elemente in dem Stream FIPS und Tail von FIPS. Ein paar Basis addieren gibt mir die entsprechenden Elemente des entsprechenden Streams. Hier könnt ihr schon wieder die Acht erzeugen und könnt ihr diesen Stream unendlich weit fortsetzen. Sehr gut. Das ist eine Möglichkeit, das versuchen grafisch darzustellen, um die Idee hinter der Stream Generierung der Fibonacci Zahlen zu erläutern. Es gibt eine andere Darstellung da draußen, das sind die sogenannten Stream Diagramme. Lasst euch nicht davon irritieren, dass das hier fast aussieht wie die Spine einer Liste. Das ist damit nicht gemeint, darum der entsprechende Hinweis an der Stelle. Wenn ich hier auf dieses Paar schaue, habe ich tatsächlich eine Stream Zelle vor mir, die natürlich in dem Head jeweils auch Elemente tragen kann. Zum Beispiel die beiden ersten Elemente der Fibonacci Sequenz, die beiden Einser. Was ich hier jeweils finde, ist der Tail, den ich bei Bedarf expandieren kann, auswerten kann, um dann die nächste Stream Zelle zu generieren. Okay, hier den Tail kann ich expandieren, um dann die nächste Stream Zelle zu generieren und hier seht ihr die entsprechende Berechnungsvorschrift. Eine Addition, die sich jeweils bezieht auf den Stream selber, auf diese Elemente hier und auf den Tail des Streams. Hier, das ist der Tail des Streams, der das erste Element nicht trägt. Das ist der Tail des Streams, in dem es die Elemente 1, 2, 3, 5 und so weiter befinden. Ja, okay. Diese beiden gehen tatsächlich in diese Addition ein und es wird positional addiert. Also, die 1 wird mit der 1 addiert, die 1 wird mit der 2 addiert, die 2 wird mit der 3 addiert, die 3 wird mit der 5 addiert und so weiter. Das ist diese positionale Addition, die auf der Folie 28 gerade thematisiert wurde. Was da rauskommt, ist dieser entsprechende Stream natürlich. Also, das hier ist eine Operation, die ich hier Stream with genannt habe. Konsumiert zwei Streams, jeweils zwei Elemente aus, die ersten beiden Elemente werden jeweils mit dieser binären Funktion hier verbunden. Es ergibt aus 1 und 1, ergibt 2. und dann wird sich Stream with rekursiv in die beiden beteiligten Streams irgendwie fortsetzen. Okay, den entsprechenden Code zu Stream with und der daraus resultierende Code, der uns damit die FIP-Sequenz erzeugt, den werde ich euch in dem entsprechenden Definitions 10 Racket-File irgendwie verteilen. Falls euch das alles irgendwie magisch und komisch vorkommt, sprecht mich in der Vorlesung am 12. Januar, an dem Donnerstag im Ende der X-Kauf an. Ist nicht das wichtigste Beispiel, ist vielleicht einfach ein nettes, schönes Beispiel für die Anwendung von Streams an der Stelle. Tatsächlich kommt hier der Stream der Fibonacci-Zahlen raus. Ihr seht hier den Start des Streams mit 1, 1. Er geht dann weiter mit 2, 3, 5, 8. Das ist genau die Definition der Fibonacci-Zahlen. Den entsprechenden Code hinterlasse ich euch im Definitions 10 Racket-File. Schaut es euch an bei Bedarf. Vielleicht ist das noch ein weiteres Beispiel, das euch irgendwie einen Einblick gibt in die doch ganz interessante Welt der Streams, der Welt der unendlichen Datenstrukturen, die wir an der Stelle bauen können. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind mit der entsprechenden Diskussion hier in dem Kapitel 10 durch. Das war die Diskussion von Streams. Damit ist das gesamte Kapitel 10 und die drei YouTube-Videos, die jetzt das Kapitel ausmachen, beendet. Die Diskussion. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2023. Ein paar Termine live im N6 haben wir ja noch. Der 10., wie gesagt, ist keiner solcher dieser Termine. Der 12., der Donnerstag um 14 Uhr. Da geht es weiter. Da bin ich wieder zurück aus Amsterdam von der Konferenz. Ich freue mich, euch alle im Hörsaal wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht bin ich dann meinen entsprechenden Ich freue mich dann hoffentlich gesund wieder vor euch zu stehen. Ich hoffe, ihr kommt alle gesund wieder zurück nach Tübingen, wenn ihr unterwegs seid. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Farewell und Ohren steif halten. Bis dahin. Tschö.